Am Samstag, äh, am Sonntag, ne kleine Verlosung vor. Ich weiß es noch nicht, also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich bis dahin die Sachen zusammenkriege, die ich haben möchte, weil ich werde vielleicht ein, äh... 5-5 war Digimon, also ein Dexto Rugamon 5-5, äh, und dann zwei Dexto Rugamon 4-5, oder drei Dexto Rugamon 4-5 werde ich verlosen, beziehungsweise irgendwie sowas plan ich. Wenn's nicht für diesen Sonntag ist, ist es auf jeden Fall für nächsten Sonntag, dass ich da irgendwie sowas mache, ähm... Ich weiß noch nicht, wie ich das aufbauen werde, was ihr machen müsst dafür, oder so, ähm... Wenn ihr Ideen habt, oder sowas, immer rein damit, ähm... Ich, äh, guck dann, ob mir das gefällt, und wenn ja, dann machen wir das irgendwie so. Guckt euch mal den Unterschied an. 3 von 5 zu Rugamon gegen, äh, Dingens... 5 von 5, 6 zu Rugamon. Der Unterschied ist gigantisch, alter. Das ist einfach nur Mörder. Gigantisch, das sieht aus, als wäre ich der Papa von dem. Äh, voll krass. Ja, äh, genau. Irgendwie sowas plan ich auf jeden Fall demnächst. So eine Mini-Verlosung. Natürlich ist das nur für die Leute, die hier auf meinem Server zocken. Barberman. Ähm, für Leute, die auf Leviamon zocken, oder auf Lucemon, oder Belsimon. Tut mir leid, aber ich zock. Ihr wisst es, von Folge 1 an, jetzt schon seit knapp 6 Monaten auf dem Server. Deswegen, äh, ja, Pech. Würde ich sagen. Ist zwar schade für euch, aber... Größere Chance für die Leute, die halt auf Barberman zocken. Ja, wie gesagt, äh, ja, ähm, ihr werdet die Folgen eh erst am Montag sehen. Ha! Ha! Ich bin intelligent. Die Folge kommt, wenn, dann eh erst am Montag oder Dienstag raus. Und ich erzähle hier von Forta, äh, von dem Sonntag davor. Ja, äh, toll. Mach mal wieder neu anfangen, oder? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon Masters. Nein, scha... äh, scheiß drauf. Ich bin ein bisschen verwirrt, das ist egal. Ich darf das... Ich bin so a Pyron. Game and like a server, sag ich ja. Das ist mein neuer Slogan. Game and like a server. Ja, ich werde mir später noch ein geileres Intro überlegen, ähm, wo alles so reingeflogen kommt und mit Effekten und Explosionen und so'n Scheiß. Was ein bisschen länger dauert, aber auch ein bisschen was fürs Auge ist. Aber im Moment dieses 3 Sekunden, äh, Intro, das ist schon ganz nice. Ihr seht mein Slogan. Ihr seht mein Logo und all so'n Scheiß. Und mir gefällt dann so gut, dass ich mir davon einen Pulli und ein T-Shirt drucken werde. Mit dem Logo drauf. Kostet irgendwie insgesamt, weiß ich nicht, 25 bis 40 Euro. Irgendwie sowas. Ähm, ja. Werde ich mir auf jeden Fall, äh, klar machen. Irgendwie bei Spreadshirt.de oder .com oder irgendwie sowas. Kann man so'n Scheiß machen. Werde ich auf jeden Fall mal gucken. Vielleicht gefallen mir die Dinger so gut, dass ich die auch anbiete. Oder irgendwie dann später T-Shirts oder so verlose oder so. Aber das ist jetzt alles noch viel zu früh. Erstmal werde ich für mich so'n Pulli machen. Mit dem Aufdruck. Und vielleicht so'ne Mütze oder so. Wird auf jeden Fall richtig fett. Ähm, ja. Genau, äh, das Logo hab ich selber gemacht. Da ist nichts irgendwie, eigentlich von irgendwem genommen oder so. Das Logo ist selbst gemacht. Komplett von A bis Z. Größe skaliert und all so'n Scheiß Farbe ausgesucht. Ist jetzt nicht so, dass Porno Hammer Mega Ultra Logo. Aber es ist schlicht. Es passt. Ich find's geil. Mir gefällt's. Ja. I like. Go, go, bam, bam, Alter. Auf dein Gesicht. Auf dein Gesicht. Nein, in dein Face. Ähm. Ja, Leveln geht gut klar, würd ich sagen. Wir sind schon Level 19. Ruckzuck acht Level gemacht. Äh, neun Level. Sorry. Ähm. Ja, wir können skillen, glaub ich. Ein paar Mal. So, Metal Cast. Ziehen wir uns gleich rein, was das ist. Ähm. Ja, hau mal raus da. Okay. Ist jetzt nicht so der Ultraskill, wo man voll viel sieht, aber. Sag mal. Zack. Zack. Fertig. Okay. Ist echt nicht der geilste Skill. Da ist, äh, da ist, äh, Metal Cannon oder wie das heißt. Was ist das Cannonball? Ist der ein bisschen cooler. Boom, boom. Zwei Grund, ne? Kanonen. Kononen, kononen. Ja, ähm. Coole Sache auf jeden Fall. Ähm. Ja, ich hab so, ich hab so ein paar größere Visionen. Äh. Ein paar größere Ideen, ähm. Um das Ganze ein bisschen aufzupeppeln. Natürlich wünsche ich mir von euch, ähm, dass ihr, äh, irgendwie Freunden erzählt oder so. Von dem Kanal. Äh, von dem Let's Play allgemein. Von den Let's Plays von mir erzählt. Äh, damit wir eine größere Community werden. Äh, und wir viel größere Events starten können. Mit viel mehr Leuten zocken können. Zum Beispiel jetzt diesen Sonntag war ja, ähm, Bildzimmern. Äh, dass wir, also der Sonntag kommt zwar bei mir in der Aufnahme jetzt noch, aber ihr habt den schon miterlebt, äh, dass wir alle auch gemeinsam auf Bild zum Mund von vorne anfangen. Ähm. Ich hoffe natürlich, dass es geil geworden. Ihr hattet euren Spaß. Ich hoffe natürlich, ich hatte auch meinen Spaß und wir haben nicht so, keine Ahnung, irgendwelche Kinder dabei gehabt, die sich aufregen oder rummekeln. Aber bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Wir haben keine Hater. Wir haben kaum Mecca-Liesen unter uns. Ähm. Ähm. Alle, alle sind voll gechillt. Alle benehmen sich, äh, ich würde jetzt nicht sagen, ihrem Alter entsprechend. Aber schon ein bisschen reifer für ihr Alter, ähm, weil ich ja weiß, dass die meisten von euch, äh, euch unter 18 sind und so. Ihr benehmt euch viel besser als manche 18-Jährige, die ich, äh, so kennengelernt hab. Also, ihr könnt echt stolz auf euch sein. Ich bin voll zufrieden mit meiner Community, mit euch, ähm, mit meinen Zuschauern. Ihr seid Hammer. Ihr seid einfach nur vorne. Like a sir. Äh, ja, ein bisschen Schleim und so. Muss auch ein bisschen sein. Nein, ein bisschen. Ich muss ja auch ein bisschen Feedback geben, was euch betrifft. Äh, ihr gebt mir jedes Mal Feedback, was meine Videos und meinen Kommentarskill und so angeht. Ähm, deswegen. Danke dafür, dass ihr so nett seid, äh, und so hilfsbereit. Auf jeden Fall. Ähm. Dass ihr Fragen stellt. Dass ihr die Videos liked. Euch den Scheiß, den ich überhaupt verzapfe, anseht. Ähm, find ich richtig cool. Wegen euch mach ich den ganzen Scheiß eigentlich auch. Ähm, es ist kein Scheiß. Das macht schon riesen Spaß. Das ist, das... Würde es keinen Spaß machen, hätte ich mich gestern nicht acht Stunden da hingesetzt und hätte mir neue Sachen überlegt und sowas. Ähm, dann würde ich auch nicht jeden Sonntag einen Livestream machen ab 18 Uhr. Aha, schaut rein. Dann würde ich keine Facebook-Seite, ähm, verwalten, die ihr auf jeden Fall, äh, mal liken solltet. Wenn ihr es noch nicht getan habt. Bade, blade, blade. Unterschwellig Werbung machen. Hehehe. Äh, ja. Und dann würde ich mich auch nicht mit anderen Let's Playern zusammensetzen, wie mit GreedLP, euer Astri, ShuijiLP, die ich auch privat kenne natürlich, ähm. Und mit denen irgendeinen Scheiß zusammenbasteln oder so. Ähm. Ähm, ja. Ist alles wegen euch. Alles wegen euch. Und natürlich, weil ich da Bock drauf hab. Aber ihr, ihr steigert das Ganze unerm... Äh, ja. Ihr steigert das Ganze sehr. Also, ich könnte auch einfach nur für mich zocken, ohne irgendwas aufzunehmen. Und, äh, würde mir dann selber denken, boah, bin ich ne geile Saar. Denk ich eh immer. Immer. Denk ich. Die ganze Zeit. Ähm, ja. Ähm, ja. So, ähm. So, Digimon wird auf jeden Fall dauerhaft erstmal weiterlaufen. Also, es ist noch kein Ende in Sicht. Digimon wird jetzt erstmal mein Hauptprojekt bleiben. Ähm. Das wird auch das Projekt sein, was ich erstmal vollkommen durchziehen werde. Scarlet Blade. Haben wir uns auch überlegt, werden wir jetzt auch erstmal ne Zeit lang machen. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Wir wissen nicht, äh, wie viel Spaß das machen wird im höheren Level-Bereich oder so. Aber Scarlet Blade wird auf jeden Fall erstmal weitergeführt. Ähm. Ähm, was ganz wichtig ist, finde ich. Äh, ich möchte nicht nur Digimon spielen. Ähm, aber ich, äh, sage ich fast in jedem, in jeder Aufnahme. Ähm, ich möchte nicht nur Digimon spielen. Ich möchte auch etwas anderes machen. Aber Digimon wird auf jeden Fall, äh, ein Teil meines Kanals sein. Ähm. Ähm, beziehungsweise, das ist das Let's Play, was wir begonnen haben. Ähm, die meisten von euch müssten Gronkh und so kennen. Ähm, Gronkh hat zum Beispiel sein Minecraft. Was jetzt über 1000 Folgen lang ist, äh, was ich ganz cool finde. Damit hat er begonnen und, okay, nicht begonnen, aber damit ist er so bekannt geworden. Finde ich. Und, äh, ja. Genauso will ich das auch aufziehen, dass, ähm, ich bin jetzt mit Digimon, ja, heiß bekannt geworden. Aber, ja, durch Digimon kennt ihr mich jetzt halt. Und, äh, Digimon möchte ich gern weiterführen. Hui. Machen wir halt mal an die Karte, Digimon. Gucken, ob wir die packen. Ja. Nee. Nee, das dauert ein bisschen lang. Oh, nee. Hab ich keinen Bock drauf. Geh mal weg da. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal, Feiner. Du bist ein Feiner. Ja, du bist ein Feiner. Ich bin schon ein bisschen verrückt. Ähm, looking for party level 19. Ja, Junge, Alter, wenn du 100.000 mal spammst, ne? Äh, nein. Das wollen wir nicht. Ähm, ich hoffe, ihr habt keine Rückkopplung jetzt von dem Sound, den ich noch höre, weil ich hab zwei Headsets. Einmal eins, womit ich aufnehme, wodurch ihr meine Stimme hört, weil das cool ist. Aber es hat halt nur so eine Seite, das kannst du nur an einem Ohr so stecken. Ist jetzt nicht so das Murder-Headset, bla, Keks. Auf jeden Fall, ähm, und eins, womit ich den Sound höre, beziehungsweise wenn ich mit jemandem rede, überhaupt Sound höre. Oder sagen wir Kopfhörer. Ganz normale Kopfhörer. Nur vom Headset halt. Ja, die, die benutze ich. Ähm, das ist alles erstmal provisorisch. Äh, solange es funktioniert, bin ich zufrieden. So, ähm, Gamescom werde ich, glaube ich, nicht sein. Weiß ich noch nicht. Ähm, die Gamescom ist jetzt, ähm, am Donnerstag fängt es, glaube ich, an. Diesem Donnerstag, äh, und geht dann durch bis Sonntag oder so. Ähm, ich weiß, dass Schuichi, die, 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 die benutze ich. Schuichi LP auf jeden Fall da sein wird am Samstag. Der wird auch bei diesem LPT-Live-Event scheiße damit machen. Schuichi LP ist auf jeden Fall dabei. Ähm, dann Blocki ist da, das weiß ich. Ähm, von dem wir letztens das Lied beim Livestream gehört haben. Ähm, wer ist noch da? Euer Asriel wird da sein. Euer Asriel ist am Freitag da. Ich schätze mal, wenn ich dabei bin, werde ich Freitag und Samstag auch da sein. Also, falls jemand irgendwie Bock hat, eine Runde zu quatschen oder so. Kein Thema. Einfach anquatschen. Ich werde dann wahrscheinlich schon den Pulli tragen. Mit, äh, Sir Pyron IP drauf. Äh, mit Sir Pyron. Game and like Sir. Drauf. Also mit dem Logo. Damit man mich auch, äh, falls man mich finden will, sieht. Weil man hat mich ja noch nicht so gesehen. Ja, ich möchte eigentlich nicht so das Relife-Bild so reinbringen. Ähm, ich bin jetzt nicht der übelste Heslon. Hahaha. Das weiß ich. Aber trotzdem, ähm, ihr solltet euch auf die Stimme und nicht auf das Gesicht konzentrieren. Weil ich kenne das selber, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt Leute, bei denen passt das einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel Hardy, also von der Hardy die Let's Plays ansehe, da passt das einfach. Der, der hat so, der ist total behindert im Kopf. Ja, halt so. Aber auf gute Art. Er ist sehr unterhaltsam. Genau wie PewDiePie. Und da passt das Face einfach dazu. Aber bei manchen denke ich mir so, boah, hätte ich das Gesicht mal lieber nicht gesehen. Ich will keine Namen nennen, aber so ist das halt. Ja. Ähm. Deswegen werde ich vorerst, weil ich...